Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ähm, wo war das? Haben wir nicht? Okay. Es speichert irgendwie nie an dem Lagerfeuer. Ist ein bisschen kacke, aber egal. Wir haben trotzdem alles ausgegeben. Okay, alles fresh. Alles fresh. Irgendwie... Jetzt wird sich gerade ein bisschen doof. Ich habe aber auch ziemlich viel Scheiße auf meinem Tisch hier rumstehen. Das heißt, ich habe gar keine Freiheit für meine Maus oder so. Egal, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen weiter. Wir sind bald am Ende des Projekts, glaube ich, angekommen. Eieieieiei. Sieht das geil aus. Okay, da brennt es. Können wir da trotzdem durch? Ich weiß gar nicht. Nein, nein, bitte! Lara! Warum tun sie das, Messiah? Denkst du, wird nicht du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus dem gleichen Grund genommen? Oh! Hier gibt es keine Heldinnen. Nur Überlebenden. Kimiko ist sehr gefährlich mit einem. Sie ist tormig und rassüchtig und wie ein roter Rast. Eine Stärfläche für eine Königin. Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Hey, wo ist denn? Jetzt habe ich gerade was verpasst, glaube ich, oder? Habe ich gerade was verpasst? Ich glaube, irgendwas habe ich gerade verpasst. Es muss einen anderen Weg geben, Lara. Und den werden wir auch finden. Easy. Easy peasy. Da oben. Eieiei, ich habe... Mann, ich will nicht, dass dieses Projekt zu Ende geht. Es ist so ein cooles Spiel. Es ist so ein verdammt cooles Spiel. Und ich habe halt noch null Ahnung, was ich danach let's playen werde. Denn City Skylines ist ja auch bald vorbei. Oder schon vorbei. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Weil da habe ich jetzt alles... Ja, alles gemacht, was ich jetzt machen wollte. Das heißt, ich habe mir eine Stadt aufgebaut. Reicht bisher. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt noch weitermachen werde. Und ob ich überhaupt noch weitermachen werde. Ansonsten würde halt... Dann auch ein neues Projekt kommen. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich alles bringen werde. Obwohl... Also mir schweben schon einige Sachen im Kopf. Und ich habe auch einige Spiele noch, die ich... Halt unbedingt let's playen will. Aber... Ja. Kann es... Bringt es irgend... Nein. Ich glaube, es bringt nichts, sich da runterhangeln. Oder runter zu hangeln. Äh... Ich würde jetzt sagen, ich muss den irgendwie so ziehen. Ups. So. Erstmal hier vielleicht hinziehen. Dann hier. Okay. Es hat funktioniert. Es war nicht exakt so, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber... Egal. Hat funktioniert. Oh ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit labern soll. Ja. Ähm. Ja, ich habe schon einige Spiele, die ich... Halt noch... Let's playen will. Äh... Da oben vielleicht? Das geht? Lol. Mhm. Okay. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Aber ich weiß nicht, in welche... Reihenfolge ich sie bringen soll. Wo muss ich hin? Ich muss... Dorthin, oder? Was? Sonst hat Lara solche Sprünge auch überlebt. What the fuck? Okay. Ich sage dazu nichts. Nyaum. Nyaum. Zeitlupe in Style. Okay, Moment. Hä? Hä? Muss ich vielleicht ganz schnell hier hin? Dann springen! Ja. Wow. Das sind... Viele. Wenn ich nicht zurückkomme... Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Jo, wenn ich truppe, können wir lange warten. Alles klar. Ähm. Wo war ich denn gerade? Genau. Ich weiß nicht, in welcher... Reihenfolge ich die... Projekte bringen will. Oder bringen werde. Ich habe... Ja. Also einige. Einige Spiele. Ich hatte letztens auch beim Daedalic-Wochenende wieder zugegriffen. Ähm. Ich glaube, das war Daedalic-Wochenende oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren ganz viele Spiele von Daedalic. Daedalic runtergesetzt. Und... Ja. Deswegen habe ich da auf jeden Fall nochmal ein paar Pointe in Klicks. Seponia Doomsday wollte ich auch schon seit Ewigkeiten spielen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall... Ein nächstes Projekt. Und... Mal gucken, was ich sonst noch mache. Ich habe halt viel, was ich eigentlich noch ein bisschen spielen will. Ja. Muss ich euch da runterspringen? Okay. Ne, jetzt muss ich wieder... Muss ich weiter links lang? Ne, lol. Okay. Uiuiuiuiuiuiuiui. Höh. Alter, Vater. Hier ist wieder ein Lager. Das ist schon mal... Nett. Auch wenn ich nichts habe, um irgendwie... Was dazu upgraden. Manu. Schade. Aber wir konnten speichern. Das ist immerhin schon mal was Gutes. Alter, dass sie sich traut, hier hochzuklettern. Ähm. Okay, hier rüber. Und hier hoch. Der Schnee fackt gerade richtig ab. Man erkennt kaum was. So. Alter, ey. Okay. Höh. Nüber. Ey, ich wäre schon 50.000 Mal runtergefallen. Hätte ich so viel zu leben. Zumindest. Ey, ich würde... Ne. Ich würde sowas niemals packen. Niemals. Geh hoch. Danke. Oh, große Königin. Durch alle Müsaal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hütte an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren. Strömt hinein und erwachen. Äh. Okay. Och, nee. Von da? Geh weg! Okay, die sind schon mal besiegt. Da ist es noch mehr. Okay, komm. Mein Aim ist gerade wieder super. Wow. Okay, das habe ich gerade so ein bisschen erschrocken. Mann! Ist halt nichts wirklich super geupgradet, außer mein Bogen eigentlich. Immerhin habe ich hier wieder Pfeile bekommen. Heilige Mutter Maria Gottes, ey. Aber ich muss hier hoch. Lara, neben dir. Okay, hat sich erledigt. Ei, 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 ey. Ja, geh, geh. Ja, geh, geh. Worte helfen immer, Lara. Nein! Mann, als ob die auf einmal da waren. Ich dachte, das war's. Weil einfach keine mehr gekommen sind. Dann wollte ich mich nicht mehr irgendwie verstecken oder so. Scheiße. Einfach scheiße. Ich hätte echt das andere Upgrade nehmen sollen und nicht das mehr Schaden Upgrade. Weil dann würde ich die Helme durchdringen. Von wo? Ach, von... Hä? Mann! Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin aber auch gerade total unkonzentriert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin ja mal mega unkonzentriert. Was ist das? Ich nehm den Bogen jetzt nicht mehr. Mann! Okay, wo sind die? Mann! Komm schon! Okay. Was ist das? Ja, okay, jetzt war's das. Weil sonst würde nicht wieder dieser Wind stumm kommen. Komm schon, ich will... Noch einsammeln eigentlich. Oh, nee. Mann! Okay, der ist besiegt. Schöne Sache. Ich hab' noch Schiff gedrückt. Gah! Was? Ich hab' ihm doch den Torestoß verpasst. Mann! Ey, langsam nervt der Typ. Komm schon. Bam! Meine Güte! Reicht jetzt aber auch langsam. Ah, okay. Ha, okay. Okay. Ich bin... Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin mega unkonzentriert. Man merkt es auch. Es ist total ätzend. Der ist runtergefallen. Alles klar, Lara kann so weit springen. Alles klar, ist okay. Also, da hat man ganz schön viel Platz, um sich irgendwie wieder aufzufangen. Aber okay. Der hat nicht ehrlich überlebt, oder? Alter, kacke. Okay. Der zieht mich easy weg. Okay, wo muss ich denn angreifen? Was... Was liegt da? Mann, was lag denn da? Ich will wissen, was da lag. Ach, ne andere Waffe, okay. Oder was lag da? Ach, nur Munition, wie es aussieht. Ah, ich muss hier mit... Okay, in den Rücken. Alles klar. Okay. Einfach, weil das ist ja irgendwie... Noch ein bisschen easy. Komm. Nein, es war zu... Nein, es war zu früh. Nein, es war zu früh. Was habe ich weggemacht? Wo kommt ihr denn her? Okay, der ist besiegt. Aufnehmen. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay. Mann, was ist das? Ein Kampf. Okay, F. Okay, 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 okay. Okay, jetzt noch E drücken. Alles klar, Alter. Okay. Skrupellos. Super. Aber, Alter, fuckt mich das gerade ab, dass ich so unkonzentriert bin, ey. Ohne Scheiß, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was... Was ist los? Ich kann gerade mich nicht konzentrieren, zu zocken und dabei zu reden. Es ist gerade super schwer für mich. Es ist gerade super schwer. Ei, ei, ei. Ja, was? Linke Maustaste... Oh, verdammt. Okay. Vielleicht muss ich locker E drücken, oder so. Ja, E. Komm, 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 komm. Ich habe einfach geschossen. Ich habe einfach geschossen, Leute. Ich habe einfach geschossen. Okay. Alles klar! Alles klar! Oh, Sam! Oh, Sam! Gott sei Dank! Lara! Was ist passiert? Alter! Ich bin da! Du bist sicher! Alles gut! Alles gut! Du hast mich befreit! Ich hab's gewusst! So wie versprochen! Dann bringen wir dich nach Hause! Ich bin da! 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 Oh! Ich bin da! Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht wie weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Ich war so blind. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Boah, der Untertitel Text kam gerade ein bisschen später als das Gelaber von hier. Ja, GG. Ja, GG. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Nein, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ach, war das die komplette Vorgeschichte zu allen Tomb Raider Teilen, Mervi? Wir hoffen, dass ihr Spaß gemacht habt, bei Tomb Raider zu spielen. Wir haben uns zuerst gearbeitet, um euch das beste Spiel zu bringen, das wir möglicherweise machen können. Danke für die Zeit, unser Spiel zu erledigen. Crystal Dynamics Core Team. Yeah. Krass geil, Alter. Die drei haben das Spiel entwickelt. Natürlich mehr. Aber das waren die Leiter wahrscheinlich, okay. Ja, das waren die Leiter, das war die Co-Leiter. Okay. Es war echt, Alter, das ist ein super geiles Game, Leute. Das ist ein super geiles Game. Ich finde es super. Aber ich finde es schade, dass es so kurz ist, muss ich sagen. Also ich habe jetzt erwartet, dass es ein bisschen länger geht. Aber 25 Parts sind wir, glaube ich, ist schon echt wenig, so, für das Spiel. Ich habe echt um einiges mehr erwartet. Aber ich finde es trotzdem, ich fand es echt geil. Ich habe natürlich nicht alles gefunden und nicht alles entdeckt, aber... Ich glaube, dazu hätte ich auch nicht den Nerv, jeden Winkel dieser Map oder jeden Winkel dieses Spiels zu durchsuchen. Das ist, nee, das ist nicht meins. Ich spiele gerne Story-mäßig alles durch bei Spielen, aber... So übertrieben, nee. Deswegen Skyrim zum Beispiel oder sowas war auch nichts für mich. Leider. Jo. Gut, können wir das irgendwie... Ja. Kann man. Skippen. Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 72% des Gesamtspiels gemeistert. Oh! Da waren wir gar nicht mal so schlecht, oder? 28% fehlen nur? Ist eigentlich... Ist ganz okay, auf jeden Fall. Bin ich mit... Bin ich total zufrieden mit. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigten Aktivitäten abzuschließen. Okay, cool. Man kann das Spiel also auch im Multiplayer-Spiel, wie es aussieht. Schnellspiel, Spiel finden, Charakterauswahl... Oder was ist das denn für ein Modus? Jump'n'Run... Modus wahrscheinlich, oder so? Keine Ahnung. Was haben wir denn unter Extras, so? Konzeptdesign. Okay. Egal. Inhalte zum Runterladen. Errungenschaften. Haben wir ganz schön wenig. Ah. Mal sehen, was wir so finden. Aha. Temporator, The Lost Adventurer. Es ist der letzte Resting-Place von dem... Intrepid? Adventurer. Es ist ein Proposal... ...involving a crashed plane... ...to claim your reward. Okay. Noch andere Kleidung, okay. Ah. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Projekt. Wir sehen uns... ...morgen... ...bei einem neuen Projekt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ja. Das war's. Eigentlich... ...mach ich immer eine Endcard, ne? Egal, da kommt jetzt die Endcard mit allem... ...mit allen Parts nochmal am Durchlaufen, so. Wisst ihr? Wisst ihr Bescheid? Gut. Haut... Raina. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020